Das reicht für mich. Oh man, war einer. So, nix sicher gehen. Einmal mit Leichen schießen, um sicher zu gehen, dass sie nicht die Totstellen. Geht's da runter? Ja, aber Lift ist deaktiviert. Könnte man die KI eigentlich auch austricksen, wenn wir uns zum Beispiel totstellen? Was? Wir sind in den Kreis gelaufen? Anscheinend. Okay, wo geht's jetzt lang? Wir müssen bestimmt alle Wachen töten, damit was passiert. Ähm, hast du das? Rappi, du bist de Feind. Oh, neue Waffe. So, das müssen im Kreis laufen und alle töten, die erscheinen. Ach, Spaß, ne? Hast du noch ne Etage? Ach, das ist ne Tür an dich. Ey, das sind... Wir sind auf deiner Seite erschienen. Aber es ist ne Tür mit einer Nachricht dran. Hier, auf der Seite. Wir sind nachstornen. Der Zutritt verweigert. Der Eindring muss eliminiert werden. Alle Kriegsmeister werden bei der Ankunft... Wow, komm gleich nach hinten! Oh, neue Steuer! Und Jack! Geh weg, Jack! Oh. Ähm... Also, Nachricht war... Alle Kriegsmeister werden bei der Ankunft aus der Quelle in dieses Gebiet geschickt. Ach so, die haben uns deportiert. Jetzt haben wir alle Wachen getötet. Ähm... Ähm... Ich komme nämlich dich. Ich bräuchte mal wieder Hundefutter-Munition. Mhm. Und ein bisschen Health. Mhm. Ich freue mich. Und ich war... Awww... Am besten im Zentrum... Am besten im Zentrum stehen. Wahrscheinlich letztes Mal auch. Echt? Äh... Bist du noch in Ordnung oder tot? Nee, ich bin nicht so tief gefallen. Okay, gut. Chicken Unverletzt. Nur ihr Stolz. Welcher Stolz. Pass auf, der... Ich glaube, der stellt sich nur. Oh. Warte mal. Ach, Störenfriede. Böse, 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 böse. Das Hundefutter! Hundefutter! Ich muss Hundefutter holen. Oh. Hab mich grad... Anderweit ich beschäftigt. Musst Eindringlinge... Böse Wörter entgegenschmeißen. Sorry, da. Hundefutter! 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 Was denn? Hab ich schon mal hier? Keine Ahnung. Oh, mein Bereich. Ah, Paneel. Pendeln, meine ich. Sorry. Pryo... Pryo... Pryo-Port... Pryo-Port... Status... Temperatur... Konstant... Energieverbrauch... Normal... Sicherheitssystem... Aktie-i-iv... Hm, ok. Ok, wie ist es jetzt mit Mr. Freeze zu tun? Oh, will ich nicht. Ok... Freezy Night! Das ist der Gegner-Motion. Wo oben ist natürlich super. Ich bin jetzt auf dem Präsentierteller. Ob es noch im vorherigen Raum ist. Ach da. Ja, untersuchen. Das ist hier der vorherige. Da war noch was. Ja, genau. Da ist noch was zu lesen. Was zu lesen. Achso, da kann man durchlaufen. Ich wollte schon sagen, bin ich jetzt gefangen. Notenergie versorgen. Zutriffe war ja gerade. Primäre Energieversorgung voll funktionsfähig. Hoffentlich bald nicht mehr. Chicken ist eine Gefangene ihrer eigenen Illusion oder so. Ist nicht mehr mein Illusion. Ich habe das nicht dorthin gestellt. Was wollt ihr von mir? Da ist noch richtig. Sicherheitszentrale. Zutritt verweigert. Da glaubst du auch nur du. So. Ich habe einen Raketenwerfer in der Hand. Bist du mir sicher, dass du Zutritt verweigern willst? Primäre Energieversorgung. Zutritt verweigert. Zutritt verweigert. Schon wieder. Und sortieren. Gegner? Nein. Was ist das denn? Ja, Zutritt zur Sicherheitszentrale erteilt. Jetzt haben wir. Oh. Bestie. Okay, nur die eine Seite. Super. 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 Wow. Haben die voll gebetet. Oh, Munition. Oder ist das vielleicht zeitgesteuert? Nö, Bait. Nooo. Ah ja, was denn jetzt? Hier, wo bist du denn? Warte. Wo dir hergekommen ist. Ah, so ein bisschen Ammunition für dein Hundefuttergewehr. Oh. Ich sehe keine Hundefutter. Munition. Ja, mein Schau. Keine Ahnung, wo du Hundefutter gesehen hast. Oh, ja. Da waren doch die großen Kugeln. Oh je. Das Hundefutter schüttelt. Hm. Wir müssen ein Double-Zwei in den... äh, Kloster. Hui. Easy peasy. Ah, Trinken ist nur um zurückkommen, ne? Ach, die Läffe, um auf mit deinen Geräuschen zu nerven. Yeah! Der andere Seite. Ach man, du hast schon eine Futter. Einen Knopf. Mir ist похожeladen. Superheilf! Der Superheilf offen. Also der Aufzug hat mich кар Σ favorite Empfang. Gut, jetzt geht's weiter. Autsch, ich bin ganz nach unten gefallen. Ich auch. Pissi! So, 100% tot. Egal, scheint mir zu wissen. Gürtel hat... Schein genommen. Das nur Elektrogeräusch checken. Das ist wieder ganz hoch. Das ist wieder den gesamten Weg hoch. Ich hab mich so angestreckt für diesen Gürtel und da bin ich einfach runtergeschubst. Hm. Nee, 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 nee. Komm mir bekannt vor. Ach, scheiß... Natürlich am Rand gewesen. Ey, danke ey. Brauchst du... Die bauen hier größere... ...Lift-Schächte. Komm, ist auch super-health. Muss ja was nochmal hochkommen. Äh... ...und der andere Tür... Nee, ist zu. Ist noch zu. Ich bin hier voll gestreckt. Stimmt, stimmt. Ja, dort wo wir runtergeschmissen wurden. Gegner! Zeug ihn nach. Ach... Ach... Schicken packt die Raketenwerfer aus. Rappi rennt in den Raum. Ein Chicken hat Angst zu schießen. Äh... Die Sicherheit vom Core-Generator muss aufrecht gehalten werden. Zugang zu Tore sind verriegelt. Die Sicherheits... Äh... Bis Ris... Bis Ris... Sicherheitsrisiko beseitigt wird. Ich bin doch kein Sicherheitsrisiko. Nö. Und die anderen? Zwei? Ich glaube, ich habe gerade Alarm ausgelöst. Höchste Alarmbereitschaft. Core-Generator, Sichtesverletzung. Eindring in der Nähe des Core-Generator entdeckt. Die Sicherheit vom Core-Generator muss aufrecht gehalten werden. Schwäche wird bestraft. Hm? Höchste Alarmbereitschaft. Core-Generator, Sicherheitsverletz... Was? Sicherheitsverletzung? Ich habe den gar nicht verletzt, ich habe den nicht angetacht. Ja, aber Sicherheitsverletz. Wir haben das Raketenwärter. Wärter? Raketenwärter. Das ist wie ein Gefängniswärter. Nur der wärtet Raketen. Einfach Rakete in den Hintern schießen. Oh Mann. Haben wir aber zugesetzt. Oh, Gegner. Ah. Ich muss beständig in mein eigenes Geschoss reinlaufen. Oh, ich glaube nicht, das Level. Yeah. Scar-Generator. Du bist... Ah, du bist auf der anderen Seite. Ah, das ist irgendwie wichtig. Okay. Super. Ah, ist für mich. Okay, lauf mal hoch. Flachskanone. Was war immer eine Flachskanone? Flachskanone. Dein Hundefutterwerber. Ich hab nur Futter. Das ist ein Kerl. Was willst du? Hallo, reichst du nicht meinem Hundefutter aus? Das ist sehr gesund. Ich hab das selbst zubereitet auf dem Boden gefunden. Ah, glaub ich, das ist Brutale auch noch. Hey, da oben. Super helft. Da müssen jetzt die Wächter ausschalten. Mit den... Reaktivieren können. Kommt mal her, aber... Bitte alle einzeln. Zieht euch nur mal wie beim Amt. Ja, vor uns ist ja noch... Dürfen wir die Trileporte eigentlich auch benutzen? Oder tötet uns das? Ja. Dürfen wir uns hoch. Oh, hinter dir. Hör mal auf, so funzenhaft zu sein. Echt mal. Wesens haben wir hier Hundefutter. Oh, hinter mir auch noch einer. Hast du Brapi in Ruhe? Du musst gib mir die Hausarrest. Du musst hier da oben. Auf jeden Fall der Generator. Wir müssen unbedingt ausschalten. Die Stiefel? Oh, der... Warlord. Ich will bewachen. Der kommt ja einfach mit seinen riesigen Raketen an. Weißt du was? Da packe ich auch die schweren Geschütze aus. Oje. Fast tot. Ja, ich war so unangraubt. Natürlich stimm ich an. Oh, nein, deine. Helf, 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 helf. Wow, da bin ich fast reingelaufen. Oh, komm, wir haben noch. Du bist mal. Knapp ausgewichene Rakete. Oh. 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 Teleportieren, Pisser. Oma Oshiii. Da ist noch einer übrig. Das ist ein Adelfeuer. Oh je, noch ein Lebenspunkt. Da kommt noch mehr hinter dir. Alter. Lass mich jetzt schon auch checken. Du wirst doch nicht freuen. Ah, braucht irgendeine Teilung, ja. Lebenspunkte. Oh, da ist noch einer. Ernsthaft? Bringst du uns hoch? Auf, der Aufzug. Ich glaube, es hackt. Oh, Trappi. Oben noch ein Ring. Ich nehme mal super Hilfe. Du kannst die Rüstung haben. Hast du dich irgendwo hin teleportiert? Durch die Teleporter laufen. Ja, ich habe noch einen Lebenspunkt gehabt, dessen man muss. Goethe. Schwungstiefel und Energieverstärker für Energiewaffen. Ist doch. Und noch ein Super-Elf. Und hier vorne ist ein weiterer Super-Elf. Verdammt, ich hätte den niemals. Den hier oben. Ich glaube, wir kommen mit dem Schwungstiefeln hoch. Sprungstiefel, was ist denn Sprungstiefel? Oh, keinen Schaden erlitten. Ich glaube, die andere Sachen können wir genauso gut ignorieren. Erstmal Hundefutter aufladen. Stimmt, ja. Dort hinten. Hundefutter! Vor allem die Sachen, die wir vorhin bekommen haben, ähm, sehr, also stark bei Terrien-Taschenlampen. Die wollen wir später brauchen. Na, bis dahin sind sie eh schon tot. Sie müssen mir die Kerne zu stören. Weißt du noch, damals am Hauptraumschiff. Ähm, okay. Du hast Hoppy. Das ist Level. So, jetzt gesamte Energieversorgung. Woo! Weg, weg. So. Weg, 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 weg. Hilfe. Oh. Ach, und deswegen die starken Taschenlampen. Hm? Die ins Licht gucken! It's a trap. Na, jetzt... Wenn die ist, ist das fast üblich. Tja, das Raumschiff ist jetzt ein bisschen instabil. Das sind wir schon da oben. Wieso, weil alles auseinanderbricht? Ist doch nicht instabil! Die Tür trotzdem noch auf. Ja, das hat noch Notstrom für die Türen. Moment, das war das gesamte Level. Jetzt! Warte auf! Wir hatten einen Levelübergang. Ja, das sind immer die Kraftfelder zu. Mit Dings? Und Futter. Ja, das ist doch. Hm. So, schauen. Äh. Ich weiß nicht, was fehlt mir da vor. Ich weiß nicht, wie ich jetzt so schlecht zu erwischen. Ja, ich weiß nicht, wie ich jetzt so schlecht zu erwischen.